Jetzt gibt es mal ein Video zu der tiefen Hüftmuskulatur oder tiefen Hüftbeuger. Bitte nicht irritieren lassen, das sind Muskeln, die bei der Wirbelsäule teilweise beginnen und ganz in der Tiefe liegen. Zu dieser Muskulatur zählt der Musculus Psoas Major und der Musculus Iliacus. Fun Fact, der Psoas Major ist das, was die meisten von euch gerne essen, das ist nämlich der Lungenbraten. Also aufpassen, der Lungenbraten hat nichts mit der Lunge zu tun, sondern ist hier diese lilane Struktur. Das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Muskel, den wir brauchen nicht nur, um die Wirbelsäule zur Seite zu ziehen, sondern eben auch, um das Bein fortzuheben bzw. um den Rumpf zu beugen. Ich habe euch versucht, das jetzt hier ein bisschen zu kleben, damit wir verstehen, wo diese Muskeln zu liegen kommen. Diese Struktur, die ich euch hier mit diesem pinken Band versucht habe darzustellen, das ist das Leistenband. Das Leistenband oder Ligamentum inguinalizid von der Spinelliaca anterior superior genau hierher zum Tuberculum pubicum. Das heißt, das ist eine Bindegewebsplatte, die hier sozusagen das Becken vervollständigt. Und unten durch, seht ihr das, so Einkerbungen, da ziehen eben Muskeln zum Oberschenkel und natürlich auch Gefäße. Das wären die Lacuna Muscularum und die Lacuna Vasorum. Schauen wir uns die Muskeln an. Das hier in lila ist, wie gesagt, der Musculus Psoas Maior. Und das hier hinter in pink, das wäre der Iliacus. Beginnen wir mit dem Iliacus. Der Iliacus ist ein relativ einfach zu lernener Muskel. Der liegt hier in der Fossa Iliaca. Fossa Iliaca ist die Darm-Bein-Schaufel. Das können wir tasten, wenn wir von oben mit der Hand bei uns runterfahren. Hier in Becken kann tasten und ein wenig mit dem Finger hineinfahren. Das wäre hier sozusagen, da drinnen beginnt der Musculus Iliacus. Und der Iliopsoas, also der Psoas Maior und der Iliacus haben eine gemeinsame Ansatzstelle. Und das ist hier innen am Trochanter Minor des Femurs. Das hier außen ist der Trochanter Maior, der große Rollhiegel. Das hier innen ist der Trochanter Minor. Und wenn wir genau schauen, stellen wir fest, dass der nicht nur medial sitzt, sondern auch ein bisschen hinter der Mittellinie. Schauen wir uns an hier, das wäre also das Pinke drunter. Das ist der Iliacus. Ursprungsfläche Fossa Iliaca zieht unter dem Leistenband durch. Und wie wir sehen, zieht hier einen Ansatz zum Trochanter Minor. Und was ich euch hier geklebt habe, das wäre der Psoas Maior. Wir schauen es uns auf dieser Seite an. Der Psoas Maior beginnt ab dem 12. Brustwirbelkörper hier seitlich an der Wirbelsäule. Hat aber auch Ursprungsstellen hier an den Mannscheiben. Und er hat noch einen tiefen Ursprung, nämlich hier an den Processi Costalis. Das sind diese Strukturen hier. Der Lendenwirbelkörper, das heißt vom 1. bis 5. Lendenwirbel entspringt er zusätzlich von hier hinten. Und zieht dann als gemeinsamer Muskel. Seht ihr, da hat hier viele Ursprünge. Da einen, da einen, an den Bandscheiben hier dazwischen. Und natürlich auch das tiefe Blatt. Das wird dann zu einem Muskel und der kommt dann hier unter dem Leistenband zusammen mit dem Iliakus hervor. Und die Muskeln setzen dann gemeinsam hier unten am Trochanter Minor an. Und daraus ergeben sich auch die Funktionen. Der Musculus Iliopsoas, also der Psoas Maior-Anteil, zieht, wenn man ihn einseitig kontrahiert, die Wirbelsäule auf die Seite, wo man ihn kontrahiert, das nennen wir Seitneigen. Und wenn wir ihn beidseitig dann anspannen, kann er natürlich auch die Wirbelsäule stabilisieren, zieht aber auch die Wirbelsäule etwas nach vorne. Und die wichtigste Funktion vom Iliopsoas ist hier das Vorheben des Beines beziehungsweise natürlich auch, wenn ich das Bein fixiere, das Beugen des Rumpfes. Und da haben wir auch schon die Problematik, die der Iliopsoas machen kann. Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die anstatt die Bauchwandmuskulatur zu trainieren, wenn sie den Rumpf beugen, eigentlich nur den Iliopsoas betätigen und eben nicht die Sitters mit der Bauchwandmuskulatur ziehen, sondern hier mit dem Iliopsoas-Muskel. Und das macht natürlich Rückenschmerzen, weil er eben hier die Lendenwirbelsäule noch mehr in ein Hohlkreuz hineinzieht, was natürlich zu Schmerzen führen kann. Ganz wichtig ist es natürlich, den Iliopsoas immer wieder zu dehnen, vor allem den Psoas-Maior-Anteil. Könnt ihr euch auch ein bisschen einteilen, einlesen. Der Musculus Psoas-Maior ist eigentlich auch der sogenannte Seelenmuskel, ein sehr altertümlicher Muskel, der auch sehr viel mit Emotionen zu tun hat und der eben, wie gesagt, häufig Rückenschmerzen macht. Und vielleicht komme ich dazu, euch auch noch ein Video hineinzuhängen zu Dehnungstechniken für den Psoas-Maior. Wir fassen noch einmal zusammen. Der Iliopsoas, die tiefe Hüftmuskulatur, besteht aus dem Musculus Psoas-Maior und dem Musculus Iliacus. Gemeinsame Ansatzstelle ist hier unten der Trochanter Minor. Die Ursprungsfläche vom Iliacus ist die Fossa Iliaca. Die Ursprungsfläche vom Psoas-Maior ist der vierte Brustwirbelkörper, erster bis vierter Lendenwirbelkörper und auch die Prozesse Kostalis der Lendenwirbelkörper. Die Muskeln ziehen gemeinsam unter dem Leistenball hindurch, setzen unten an, beugen in der Hüfte, also machen eine Hüftflexion bzw. eine Rumpfbeugung und der Psoas-Maior macht noch eine Seitflexion in der Wirbelsäule.